hallo und herzlich willkommen bei pubg mit benny und mit money money ist auch mit dabei genau neuer in der runde so was haben wir denn hier für schöne waffen zack energy drink damit kann ich dich jetzt abwerfen das darfst du gerne machen dann sage ich nämlich noch mal noch mal schmeckt lecker würden die ja ich weiß gar nicht ob man man hier hören kann in der aufnahme ich weiß nicht aber das freigegeben hat aber ist auch gerade nicht so ist er ist ja nicht so schlimm man ist auf jeden fall auch dabei ja gucken wir mal auch keiner doch wenn ich mir auf dem dach sks das gegner in einer kleinen hütte bei uns warte 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 ist weg ohne scope zack m4 ne nehme ich nicht mit was brauchen wir denn hier alles da noch ein bisschen money von ich habe noch keine mp gefunden oder auch hier zack 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 da drauf da da und da so was brauchen wir denn noch braucht noch neun millimeter und paar sachen für die mp ok dann bin ich doch gleich da jetzt noch mit warte taktischer schafft nicht drauf doch habe ich schon so wenn die hast du schon direkt vor ich habe schon eine weg ok ich hätte hier oben noch eine aber gut erweitertes schnell zugriff habe ich auch das war ich ich glaube ich habe nur ein erweitertes ich meine reicht eigentlich auch die drei schuss und das ganz bisschen anders nachgeladen das tut ja nicht so viel erweitertes ich bräuchte noch ein sechsfach scope oder so oben lag glaube ich noch dmr über der turnhalle ich gehe mal ins schwimmbad da liegt auch eine slr im schwimmbad gleich zu antworten ich habe hier eine benzinkanisse für dich wenn du wieder fliegen möchtest ja lass mal wenn er war sehr lieb von dir dankeschön kannst du mal drauf schießen oh ne lass mal drauf so und fehlt mir denn noch eigentlich bin ich ne scope für meine sniper fit ja wir haben ja auch tatsächlich schrecklich sehr lass ich mal sein habe ich jetzt nicht mehr mit oh schalldämpfer für die dmr sehr schön dafür habe ich genug schuss dafür fehlt da haben wir genug mündungsfeuerdämpfer für die mp hier ist nochmal benzin erweitertes magazin mp jo erweitertes erweitertes was und erweitertes Wii, das scope hol' ich mir wo hast du denn das achso hol' ich auch grad hin nix ja, du bist meins schade, da komm' ich nicht hoch sonst hätte ich mir das gemopste mhm ich geh' mal zu den häusern rüber ich gucke mal ob da noch ein scope übrig ist ansonsten muss ich hier das genau das habe ich leider schon drauf was war das schuss an darüber in die häuser gehen ja also ich suche noch ein scoparino also schalli für die mp und dreier weste und ein scop brauche ich noch schalli und scope das wäre alles braucht noch jemand von euch so ein kastenmagazin ich hätte hier noch eins okay habe ich dir gepinkt mit gelb also daneben das falsche item ein schalli für mp und ein scop da kann man auch lange versuchen so dass ich genug scop 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 unglaublich drei tage später ich muss mich mal rasieren vor lauter auf dem boden rum gekriegt und achter scop okay ich nehme alles sofort zurück für nur noch mp schalli was fehlt dir noch bei nie ich würde noch sniper schalli würde mir noch gut stehen dann bin ich eigentlich zufrieden wangen polster habe ich noch mal markiert falls sie den noch nicht habt habe ich hier ist noch eine störselnde rucksack hier oben auch noch drin okay musste mal gucken ob du das hast gut wie gesagt ist auf dem gelben ping ich komme aber auf dem dach noch ansonsten ist hier tatsächlich nichts für eine mp oder halt auch nichts dann könntest du aus dem haus wieder raus brauchte nichts gucken erweitertes so ich habe es selbst gehört ach so das ist man auch dreier militärweste hier oben auf dem dach noch ja also bei mir ist der das wangenpolster und dreierweste auf dem dach sogar da wo der gelbe ping ist oben auf dem dach ist dreierweste ok auf dieser seite vom dach liegt die dreierweste ganz oben als würde oben rauskommst links links mit ganz langem ö das meine ich auch wo haben die die ganzen schallis versteckt ehrlich ich wollte für die mp ja und den hätte ich gern noch ich habe den für für den für die sleeper so muss aber gleich gesagt ja wir müssen gleich ja man kann ja auch mit der vss spieler maus gar kein charlie suchen das ist so richtig bitte ein fahrrad oh das ist ja auch ok wenn man dreier rucksack hier kompensator ich muss jetzt scheiß mal hier neben so ich glaube auf dem dach gucke ich noch und dann ist ende dann komme ich runter dann muss ich auch oder ist doch nicht dach ja ich gucke auch noch schnell aus dem dach komm ich runter ich springe runter ich habe hier nein ja doch gut ich muss vom dach springen ich komme aber erst hier auf die leichte erhöhung und jetzt runter okay wir mussten 20 sekunden ich komme ja was ist denn das für eine rostlaube ach das ist gar nicht das fahrbare auto ich dachte das hier wäre dein skin ich dachte wie sieht die karre denn aus auf jeden fall das ist ja was alter dann rennen das tuning ja ranzratte ratten tuniger so fahren wir denn am besten hier über die bridge yo 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 i'm only by the bridge oh 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 lucky ja da hat er nicht mit gerechnet ne da hat er nicht mit gerechnet äh pack mal irgendwas schönes äh weiß ich nicht also nicht wieder das da ohja oh manny du kannst du mal warte ich warte erstmal bis es leiser ist wenn wir aus dem auto raus sind warte mal gleich ähm ich weiß nicht ob du die ganz alten folgen von uns schon gesehen hast wo wir auch mal ähm mit den autos was haben wir da gemacht wie hieß das auch noch äh wo wir roadkills gemacht haben mhm da könntest du mal gucken also da gibt es noch folgen die sind schon ein bisschen was älter und äh die waren halt nicht ganz cool da waren wir auch noch nicht so gut hier als wenn diejenigen nicht cool sind tony ja aber die waren nicht das war cool mit den autos ey das war schon nice ja das war auch eine der besseren ja und danach haben wir trotzdem noch einen guten kampf abgeliefert gegen die spieler das war kein casual ne die deal da haben wir ja noch da wussten wir das mit den casuals noch gar nicht ne und äh da haben wir noch einen chicken den da geholt ey ja nochmal oben zur halle gucken da oben keine ja 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 wusste ich auch nicht aber auch erst später gecheckt ey als wir das gesehen haben ne ja genau ja wir haben das eigentlich anfangs nur immer gemacht weil da halt auch die missionen zählen wenn du hier irgendwie ähm tägliche missionen hast das zählte da halt mit und wenn du dann irgendwie keine ahnung drei mp kills machen musst oder so dann macht das auch schnell bei casual richtig das ist richtig oh da schießt einer auf mich da schießt einer auf mich von da wo wir kommen das klar oh da hätte ich von da wo wir kommen ist eine m24 mit chally das das ist ein spieler ja 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 95 hätte ich jetzt auch gesagt oh die sehe ich gar nicht oh scheiße ich hab noch nicht ich hab noch nicht lustiert ja ich hab noch einmal gesehen kannst du ihn ja ja gerade ist die ja ja ich ja ich ja ja warte warte ich habe den einmal getroffen ja die snipen gut muss ich sagen also damit zwar noch nicht getroffen aber die snipen nicht schlecht dahinten links sind noch mal zwei auf 85 da auf gelb ich sehe jetzt ja den habe ich auch gesehen das schon getroffen 200 ich kann auf 200 fast schützen fast und ganz drauf an die linken ich glaube die laufen uns ein bisschen da können auch drei und hier blauer die fahren im auto okay sind doch 300 bei mir habe mich versehen scheiße ich schieße gegen die sands ecke haben wir noch 762 hier müssen nochmal nachfüllen okay alles gut aber noch scheiße wir müssen in die richtung ne ja wir haben nur ein buggy hier ne steht hier noch eine cross irgendwo ich gucke mal andere seite ob hier noch was steht hier ist noch ein made kit audi kommen oder sind die das nicht sind die da ist tatsächlich haben wir tatsächlich nur den buggy hier haben wir schon mal schmerzmittel rein das wird gleich ein bisschen dann fahr du doch schon mal vor mit ihm und dann holst du mich wieder ab naja ok machen wir so ein bisschen so rechts an der zone entlang was ja oder läuft danach und war nie schön schön und weiter oder wollte sie bleiben da oben wird geschossen da ist einer wand kassiert der genau das genug ich muss mir das helm holen eigentlich kann ich raus lassen stopp stopp ok oh der vor uns vor uns vor uns vor uns scheiße ich war mitten im heilen ich war mitten im heilen scheiße warte scheiße oh von beiden seiten ich bin low oh da hab ich mich auch verrissen ey nein ich bin gleich down ich bin down oh yo da hinten ist noch einer ok hier ist neun hinter der wand rechts von nirgendwo der liegt ja der liegt ja du bist letzter man ne lass den lass den der ist tot eben in die tür oder sowas da schade schade da ist mal wieder das sandwich ne das ist so eklig ja dann sag ich doch danke fürs zusehen hat leider nicht ganz erreicht aber da war ein gutes gefecht mit dabei dann bis zum nächsten mal und haut rein tschau tschau tschüss